Die Informatik ist ein Fachgebiet, das die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten revolutioniert hat. Das stimmt immer wahrscheinlich alle zu. Von Smartphones über soziale Medien bis hin zu selbstfahrenden Autos. Die Informatik hat die moderne Welt ziemlich entscheidend mitgeprägt. Und im Mittelpunkt steht immer wieder die Frage der Effizienz. Wie können wir Algorithmen und Datenstrukturen entwerfen, die es uns ermöglichen, Probleme so schnell und so genau wie möglich zu lösen? Und daraus resultiert eine der ältesten und wichtigsten Fragen der Informatik. Das sogenannte P-versus-NP-Problem. Bei diesem Problem geht es um die Frage, ob es möglich ist, Probleme effizient zu lösen, die effizient verifiziert werden können oder nicht. Mit anderen Worten, wenn eine Lösung für ein Problem schnell und einfach überprüft werden kann, gibt es dann einen Weg, diese Lösung ebenso schnell und einfach zu berechnen. Um das P-versus-NP-Problem zu verstehen, müssen wir zunächst definieren, was wir eigentlich mit effizient meinen. In der Informatik wird der Begriff polynomielle Zeit häufig verwendet, um Algorithmen zu beschreiben, die ein Problem in einer Zeit lösen können, die proportional zu einer polynomiellen Funktion der Größe der Eingabe ist. Krass kompliziert formuliert, sage ich euch gleich, wie genau das meine. Also, beispielsweise ein Algorithmus, der eine Liste von n Zahlen in O von n hoch 2 Zeit sortieren kann, der gilt als polynomiell. Während ein Algorithmus, der eben O von 2 hoch n Zeit zur Lösung des selben Problems benötigt, der gilt nicht mehr als polynomial Zeit. O von 2 hoch n gilt als exponentielle Laufzeit und ist eigentlich, und das ist das Problem, schon bei relativ kurzen Eingaben nicht mehr durchführbar. Ist meine Liste 10 Einträge lang, würde ein Algorithmus in O von n hoch 2 beispielsweise 100 Operationen brauchen, ein exponentieller Algorithmus ungefähr 1000. Die Klasse der Probleme, die in polynomialer Zeit gelöst werden können, wird als P oder die Klasse der einfachen Probleme bezeichnet. Die Klasse der Probleme, die in polynomialer Zeit verifiziert werden können, wird dagegen als NP oder als Klasse der harten Probleme bezeichnet. Einige Beispiele für NP-Probleme sind das Travelling Salesman-Problem, das Rucksack- oder Napsack-Problem und das Bool'sche Erfüllbarkeits-Problem. Nehmen wir uns kurz nochmal das Letzte. Als Beispiel schauen wir uns mal dieses NP-vollständige Problem, das Bool'sche Erfüllbarkeits-Problem genauer an, auch SAT-Problem übrigens genannt. Bei diesem Problem geht es um die Frage, ob es eine Menge von Bool'schen Variablen, also Wahrheitsvariablen gibt, die eine gegebene Bool'sche Formel erfüllen können. Zum Beispiel ist die Formel in Klammern A oder B, Klammer zu, und, Klammer auf, nicht A oder C, Klammer zu, erfüllt, wenn A falsch ist und B und C wahr sind. Das SAT-Problem ist bekanntermaßen NP-vollständig. Das heißt, wenn wir dieses Problem in polynomialer Zeit lösen können, können wir jedes Problem in NP in polynomialer Zeit lösen. Löst du eins in polynomialer Zeit, löst du also eigentlich alle. Beim P-vs-NP-Problem geht es aber nicht um ein Problem insgesamt, sondern um die Frage, ob P und NP dieselbe Klasse von Problemen sind oder nicht. Mit anderen Worten, kann jedes NP-Problem, das wir kennen, in polynomieller Zeit gelöst werden. Wenn die Antwort auf diese Frage Ja lautet, dann wäre es möglich, viele schwierige Probleme, die derzeit als unlösbar gelten, wie eben das SAT-Problem, effizient zu lösen. Lautet die Antwort hingegen Nein, dann gibt es einige Probleme, die grundsätzlich schwieriger zu lösen sind als andere. Und wir müssen uns nach neuen Problemlösungsmöglichkeiten umschauen. Die Frage P vs NP gilt als eines der Probleme, für deren Lösung es eine Million Dollar gibt. Die sind zwar offiziell von keiner Firma ausgeschrieben, aber wenn ihr das wirklich schaffen solltet, könnt ihr euch gewiss sein, dass ihr mindestens diese Summe verdient und euer Gehalt sich verzickfacht. Man geht derzeit davon aus, dass P nicht gleich NP ist. Aber man weiß es nicht sicher, man hat keinen Beweis dafür. Eine Antwort hätte weitreichende Folgen, nicht nur für die Informatik. Das P vs NP-Problem steht in engem Zusammenhang natürlich mit der Komplexitätstheorie, die sich mit den zur Lösung von Problemen erforderlichen Ressourcen befasst. Wenn P nicht gleich NP ist, dann hat das Konsequenzen für viele andere Bereiche der Mathematik, einschließlich Algebra, Zahlentheorie und Kombinatorik. Es würde bedeuten, dass viele Probleme, die derzeit als unlösbar gelten, wie zum Beispiel die Faktorisierung großer ganzer Zahlen, wirklich nicht effizient gelöst werden können. Das heißt, wir werden das nie mit unseren Rechnern effizient tun können. Viele kryptografische Protokolle beruhen auf genau dieser Annahme, dass bestimmte Probleme eben schwer zu lösen sind. Zum Beispiel eben die Faktorisierung großer Zahlen. Wenn P aber gleich NP ist, dann können wir diese Probleme effizient lösen. Was im Endeffekt viele kryptografische Protokolle, mit denen ihr auch gerade auf diese Website hier zugreift, angreifbar machen könnten. Wenn P allerdings nicht gleich NP ist, dann kann es möglich sein, kryptografische Protokolle zu entwickeln, die wirklich gegen alle möglichen Angriffe bewiesen sicher sind. Das haben wir aktuell noch nicht. In der Physik übrigens auch. Das P-Versus-NP-Problem hängt mit der Frage zusammen, ob das Universum von einem klassischen Computer, so wie wir ihn gerade benutzen, effizient simuliert werden kann oder nicht. Wenn P gleich NP ist, könnte es möglich sein, die Quantenmechanik effizient zu simulieren. Was, wie ihr euch vorstellen könnt, ziemliche Auswirkungen auf Bereiche wie die Materialwissenschaft und die Entdeckung von Medikamenten haben kann. Wenn P allerdings nicht gleich NP ist, kann es sein, dass die Simulation des Universums Ressourcen oder Berechnungsmöglichkeiten erfordert, die die Möglichkeiten eines klassischen Computers wirklich übersteigen, eventuell also durch Quantencomputer vielleicht lösbar sind. Das P-Versus-NP-Problem wurde auch in anderen Bereichen untersucht, unter anderem in der Philosophie und den Wirtschaftswissenschaften. In der Philosophie hängt das Problem mit der Frage zusammen, ob moralische Wahrheiten allein durch die Vernunft entdeckt werden können oder nicht. Fragt mich bitte nicht wie, da bin ich ein bisschen raus. Wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. In den Wirtschaftswissenschaften bezieht sich das Problem auf die Frage, ob Märkte Ressourcen effizient zuweisen können oder nicht. Okay, hier sind einige der wichtigsten Ansätze, die verwendet wurden, um solche Probleme anzugehen. Eine Möglichkeit, sich dem P-Versus-NP-Problem zu nähern, besteht darin, Brute-Force-Algorithmen zu verwenden, um NP-vollständige Probleme zu lösen. Diese Algorithmen probieren dann einfach alle Lösungen für ein Problem aus, bis sie eine korrekte Lösung gefunden haben. Während der Ansatz für kleine Instanzen eines Problems funktionieren kann, wird er für größte Instanzen einfach völlig unausführbar. Die brauchen viel zu lang. Brute-Force-Algorithmen sind zwar in der Lage, diese NP-vollständigen Probleme zu lösen, aber eben wahnsinnig ineffizient. Am Beispiel unseres SAT-Problems von vorhin. Ich muss alle Möglichkeiten, also alle Variablenbelegungen komplett ausprobieren, um herauszufinden, ob sie die Gleichung lösen oder nicht. Ein anderer Ansatz besteht darin, Algorithmen zu entwickeln, die NP-vollständige Probleme in polynomialer Zeit lösen können oder eben effiziente Datenstrukturen zu entwickeln, die das Lösen dieser Probleme überhaupt erst ermöglichen. Viele Forscher haben genau diesen Ansatz extrem lang ausprobiert, aber bisher konnte noch niemand beweisen, dass wirklich alle NP-vollständigen Probleme effizient gelöst werden können. Und manche saßen da wirklich Jahrzehnte dran. Ein dritter Ansatz besteht darin, probabilistische Algorithmen oder randomisierte Algorithmen zur Lösung NP-vollständiger Probleme zu finden. Diese Algorithmen machen sich den Zufall zunutze, um Berechnungen zu beschleunigen und haben sich bei der Lösung vieler schwieriger Probleme tatsächlich schon bewährt. Seither gibt es tatsächlich eine neue Komplexitätsklasse, die Klasse RP, wo es einen polynomiellen Algorithmus gibt, der ein Problem löst und eben dabei zur Lösung Zufall verwendet. Es ist jedoch nicht klar, ob diese Algorithmen zur effizienten Lösung aller NP-vollständigen Probleme verwendet werden können. Die Komplexitätstheorie befasst sich mit den Ressourcen, die zur Lösung von Problemen erforderlich sind und natürlich wurde sie zur Untersuchung des P-versus-NP-Problems verwendet. Ein Ansatz ist der Versuch, untere Schranken für Schaltungen zu beweisen, das heißt Grenzen für die Größe von Schaltungen, die bestimmte Probleme lösen können. Obwohl auf diesem Gebiet Fortschritte zwar erzielt wurden, konnte das P-versus-NP-Problem noch nicht damit gelöst werden. Reduktion und Vollständigkeitsbeweise sind mächtige Werkzeuge zur Untersuchung der Komplexität von Problemen. Eine Reduktion zeigt, dass ein Problem in ein anderes Problem transformiert werden kann und ein Vollständigkeitsbeweis zeigt, dass ein Problem wirklich NP-vollständig ist, also schwer ist, indem es eben auf ein bekanntes, schweres NP-vollständiges Problem reduziert wird. Viele Forscher haben diese Werkzeuge verwendet, um das P-versus-NP-Problem zu untersuchen, aber bisher ist es niemandem gelungen zu beweisen, dass P eben nicht gleich NP ist oder andersrum. Schließlich haben sich die Forscher mit alternativen Rechenmodellen wie zum Beispiel Quantencomputing beschäftigt, um zu versuchen, P-versus-NP zu lösen. Die Quanteninformatik hat zwar gezeigt, dass sie bestimmte Probleme effizienter lösen kann, als die klassische Informatik und damit echt mächtiger ist, aber es ist noch nicht klar, ob sie zur effizienten Lösung aller NP-vollständigen Probleme eingesetzt werden kann. Dazu gibt es einfach noch nicht genügend Forschung. Das P-versus-NP-Problem ist nach wie vor eines der wichtigsten offenen Probleme in der theoretischen Informatik und der Mathematik. Trotz jahrzehntelanger Forschung bleibt es tatsächlich ungelöst und es ist nicht ganz klar, ob es mit unserem derzeitigen System überhaupt wirklich gelöst werden kann. Eine der größten Herausforderungen bei der Erforschung des ganzen Problems ist der Mangel einfach an konkreten Beispielen für Probleme, die in NP sind, aber nicht in P sind. Die Suche nach neuen Beispielen für NP-vollständige Probleme könnte dazu beitragen, dieses ganze Problem zu erleichtern und zu neuen Durchbrüchen führen. Aber trotz dieser Herausforderung wurden im Laufe der Jahre einige sehr bedeutende Fortschritte erzielt. Einer der wichtigsten Durchbrüche war die Entwicklung der Theorie der NP-Vollständigkeit durch Stephen Cook und Richard Karp in den 70ern. Diese Theorie zeigte, dass viele NP-Probleme eng miteinander verwandt sind und man sie einfach ineinander überführen kann, sodass sie im Endeffekt alle gleich schwer zu lösen sind. Seitdem haben viele Forscher an der Entwicklung neuer Techniken und Ansätze zur Untersuchung von P vs NP gearbeitet und zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Verwendung von algebraischer Geometrie und Optimierungstheorie zur Untersuchung des gesamten Problems. Das alles hat schon zu neuen Durchbrüchen geführt und jetzt können wir plötzlich sehr viele Probleme effizienter lösen als davor. Aber das ganze Problem NP und P zu vergleichen, das haben wir noch immer nicht geschafft. Es ist also nach wie vor eine offene Frage, die in vielen Bereichen der aktiven Forschung weiter untersucht wird. Einer der wichtigsten Forschungsbereiche ist die Untersuchung der Komplexität von besagten Schaltkreisen und deren unteren Schranke. Die Forscher untersuchen auch die Verbindung zwischen diesem P vs NP-Problem und anderen wichtigen Fragen der Informatik und Mathematik. Zum Beispiel die Frage, ob Quantencomputer NP-vollständige Probleme wirklich effizienter lösen können. Man geht aber aktuell zumindest davon aus, dass P nicht gleich NP ist. Und man geht sogar noch einen faszinierenden Schritt weiter. Man nimmt an, dass das Problem komplett unabhängig von den Standard-Aktionen der Mathematik ist. Was bedeutet, es könnte sogar unmöglich sein zu beweisen, dass P gleich oder ungleich NP ist. Zumindest mit unserem aktuellen mathematischen System. Allerdings ist auch das noch nicht bewiesen. Und auch daran wird noch gearbeitet. Und ja, auch wenn ihr es vermutlich nicht mehr hören könnt, durch die jüngsten Entwicklungen im Bereich KI kann hier auch nochmal ein ordentlicher Sprung möglich sein. KI wird genau in diesem Moment dazu genutzt, um riesige Datensätze zu analysieren. Beispielsweise eben die Datensätze der NP-vollständigen Probleme, um so vielleicht neue Muster oder Verbindungen zu offenbaren, die uns bislang einfach noch nicht aufgefallen sind. Auch zur Entwicklung von Algorithmen kann KI genutzt werden. Vielleicht kann hier ein Algorithmus gefunden werden, der ein Problem lösen kann, das bislang als unlösbar galt. Und vielleicht können wir dann eine Reduktion machen. Wer weiß das schon. Und auch für die Forschung rund um Quantenrechner kommt natürlich KI mittlerweile zum Einsatz. Aber das heißt natürlich nicht, dass jetzt plötzlich alles einfacher wurde. Denn P vs. NP und die gesamte Komplexitätstheorie bleibt genau das. Unfassbar komplex. Auch wenn der Name eigentlich nicht daherkommt. Wenn ihr mehr darüber lernen wollt, hier nochmal der Aufruf. Kommt gerne zu uns auf die Bootstrap Academy. Dort gibt es jede Menge Tutorials, auch in der theoretischen Informatik. Und ich freue mich natürlich immer, wenn begabte und schlaue Menschen ein Webinar beispielsweise geben wollen. Meldet euch gerne bei mir. Wir arbeiten auch gerade an einem neuen Feature, sodass ihr euch austauschen könnt. Also auch via Chat. Bislang ist der allerdings noch nicht fertig. Aber solange könnt ihr gerne schon mal unseren Discord-Server benutzen. Viel Spaß.